Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown. Ich war mit der lieben Hanna und der Sonja auf der neuen Map unterwegs. Wir hatten eine total verrückte Runde. Warum sie verrückt war, müsst ihr euch unbedingt angucken. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, sie fing schon übelst verrückt an. Mit etwas, ich möchte gar nichts verraten, schaut gleich selber. Aber bevor es losgeht, es gibt momentan Twitch-Drops. Das heißt, ihr könnt Skins, Kisten und so weiter bei mir farmen, wenn ihr Bock habt. Einfach auf twitch1049.de suchen und zugucken. Jeden Tag von 14 bis, während den Twitch-Drops natürlich länger, heute von 14 bis 0 Uhr oder so, solange die ganzen Drops gehen. Also Samstag natürlich auch. Samstag ist das 22. Hunt Showdown-Turnier, dürft ihr nicht vergessen. Einfach ab 19.45 Uhr streamen gucken. Ihr könnt natürlich schon vorher streamen gucken, ich streame da auch von 14 Uhr ab. Aber ab 19.45 Uhr erkläre ich alles weitere zum Turnier und da könnt ihr einfach mitmachen. Ich brauche keine Anmeldung und nichts. Es gibt natürlich auch Preise zu gewinnen. Dann gibt es noch zu sagen, ich bin jetzt Crytek-Partner. Heute geworden, beziehungsweise für euch gestern. Ich habe mich so gefreut. Ich bin den ganzen Tag schon am Grinsen. Das ist einfach sensationell. Das ist einfach das, worauf ein Streamer, der Hunt Showdown streamt, hinarbeitet. Erstmal die Twitch-Partnerschaft habe ich am 03.03. geschafft. Und gestern am 26.10. endlich die Crytek-Partnerschaft. Sensationell. Ich freue mich riesig. Ich habe natürlich einige Vorteile. Ich kriege, ich möchte es gar nicht alles erzählen. Ich weiß gar nicht, ob ich es alles erzählen darf. Auf jeden Fall habe ich einige Vorteile dadurch. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Runde. Würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein. Viel Spaß. Oh, Dadaim mag ich gar nicht. Habe ich mich erschrocken. Entschuldigung, Hanna. Ich habe falsche Tasse geschlossen. Hast du Hanna den Rücken geschossen? Im Kopf. Im Kopf? Ja. Fühlt ihr jetzt einen Balken? Nein. So, Hanna ist raus für die Runde. Mann. Was ist denn mit ihm da hinten? Er lebt aber noch. Oh, Gegners. Was ist denn mit dem? Oh, Karma. Oh nein. Das Drama des Schusses. Haut ab. Ich, ähm. Ich hatte schon eine Kugel im Kopf diese Runde. Das zählt nicht. Stopp. Nein. Aus. Ich sehe die nicht mal. Ich hole mir jetzt hier oben die Sparks Sniper und schieße einen weg. Pass auf. Ne. Special Money. Darf ich bei der Punkt denn auch mal setzen? Und auch keine Sparks Sniper. Ach Mann, wie ärgerlich. Normal liegt dir immer eine Sniper. Gebe bitte. Geht's ein Pearl and Clue holen. Ja. Ja. Dann wir gehen, gell? Ja, ich komme. Oh, ich komme. Ich treffe dich vor dir. Wo kommt das denn jetzt? Ja, das ist für alle, die uns gesetzt haben, ne? Hey, fun. Fast getrapped, ein rotes. Oh nein, die hives da oben. Ja, lauf einfach weg. Ich sehe sie nicht. Hier ist auch ein Team gespawnt. Was? Die müssen ja auch noch sein. Die Türen stehen hier auf. Oh, Heilung. Ich glaube, die sind weggelaufen. Die wären doch hier. Aber das ist, glaube ich, der Schuss, der bei mir an Kopf vorbeigezischt ist, ehrlich gesagt. Das ist rot. Ach, oh je. Komm, ist denn hier keine Heilung? Das kann nur eine gute Runde werden. Wenn die schon so anfängt, wird das eine sensationelle Runde. Das ist ganz oft. Hier ist an der Pumpenbunny, braucht kein Mensch. Scheiße, jetzt kriege ich bestimmt nur so eine blöde Heulboje. Aber wenn die nicht hier im Haus sind, wo sind sie denn dann? Ein Hauserhaus? Ja, das ist das andere Team. Ich glaube, die sind weggelaufen, weil es leuchtet doch nichts mehr. Ach, ne. Nein. Ah, die hat es gefunden. Nein. Einartig. Brainshirt ist am Haus. Badmantel kommt. Was man denn nur kurz gesehen und dann war er hinter der Säule. Hinter ist er. In einem Busch. Hinter der Mauer. Hier rechts ist da auch noch was. Ja, das ist ja cool. Boah. Oh, Mann, an mir. Ich bin voll spätig. Nein. In einem kommt so ein Vogel. Und das Fenster zu machen? Ich kann nicht. Ich würde nicht draußen sterben. Thanks a lot. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Ich weiß nicht, wo die sind. Oh, ich höre hier links was. Hier unten am Durchbruch ist einer. Ich glaube, eine Pfähle ist. Dahinter. Jetzt dahinter. Jetzt kommt sie. Wenn er gebürnt. Und er hat gebürnt. Was ist das hier? Meine. Was ist denn jetzt hin? Fenster bei dir? Ja. Okay. Hier links außen ist wärm. Eure nicht? Oh! Unsere Kasse! Also wir sind da mindestens zu zweit. Habt ihr gehört, Leute? Oh! Ja, hier außen ist auch noch wer. Ja, haben wir gehört. Kannst du ausmachen, wie viele bei dir sind? Ich? Minimum einer. Den hab ich grad hier so'n Vogel. Ah! Der kam geduckt um die Ecke. Oh, mit dem hab ich ja gar nicht gerechnet. Was? Äh, einer ist am Haupteingang. Auf Nordwest. Ist reingelaufen. Einer ist drin. Einer ist, oh Gott. Und einer ist close hier vorne. Hier oben. Der ist rausgerannt. Der ist rausgerannt. Bist du ja nicht? Kannst du nicht? Der ist auch so'n Vogel. Puh! Der eine Vogel hat Hitze. Nein! Ich treffe ihn nicht. Puh! Puh! Ich bin low, der schallt direkt vor der Tür, er ist auch low. Oh, nein. Ich habe die Tür geöffnet. Genau. Hier ist so eine Feder-Pussi. Ja. Was auch immer. Die ist tot. Die ist drin, die ist drin, die ist drin. Hat Hit. Soll ich wieder raus? Schmerz machen wir hier unten. Meine Fresse. Mann. Was ist hier unten drin? Wo denn denn? Keine Ahnung. Hier hinter, glaube ich. Mann, der hält ganz viel aus hier. Ich weiß nicht, ob der noch Heilung hat. Er ist auf jeden Fall hinter die Mauer gegangen jetzt. Ich bin ja wieder fest. Ja, kannst du versuchen, Anna. Ja. Ich gehe direkt rein. Ich glaube, ich liege neben der Tür. Nein, kannst du nicht. Lass, lass. Lass uns. Lass uns. Ja. Ich habe meine Crown, glaube ich. Nee, die hatte, glaube ich, eine eigene. Die hätte mich vorne schon mit der Crown beschossen. Ah, okay. Hat noch gelebt. Ich brenne nicht. Doch. Nein. Ach doch. 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 Ich bin da dick und fett. Dein Körper brennt. Ich bin da dick und fett. Ich habe aufs Zeichen geachtet. Aber das sieht man ja selber gar nicht. Könnte einer hier sein. Das war da. 18 Monate. Hi. Vielen, 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 vielen Dank. Das bauen die, denke ich auch so, besseren ever. Ja. Beat mich nicht. Die fünf herrschen. Einer schleicht vor dir, Hanna. Ja, ist unter dir. Einer ist bei meiner Leiche. Sind, glaube ich, beide unten drin. Hier kann der Schlitz aus und durchgucken. Ähm. Ja, scheiße, Brenn wieder. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Oben, über mir. Einer ist aber noch unten, glaube ich. Ja, die Crown ist oben. Hat Hit? Nein, ich bin nur da gestürzt. Jan? Ja, ja, ich bin da. Ohne gedacht. Ich habe meine Crown nicht mehr. Ich habe meine Crown nicht mehr. Schwarzmantel hat Hit. Ja. Ja, eigentlich zum Exit, ne? Ja. 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 So, wir gehen. Wir haben eh keine Zeit mehr. Meine Crown. Ja. Ich lauf. Ja. Ja, ich lauf einen kurzen Umweg, ja? Geht raus. Einer ist durch mein Fass hier vorne, der ist tot. Tot? Tot. Welcher Skin? Weiß nicht. Weiß nicht. Jetzt, glaube ich, ich habe ihn gefallen oder? Ja, vielleicht zieht es. Ja, vielleicht sieht es. Vielleicht hat er da noch einen. Ich bin schon wieder. Ja. Ja, ja. Hup! Ja, der eine hat meine Crown. Lebt noch was? Nein. Oh, nice. Nice! Oh, Gott sei Dank. Oh, ist meine Crown. Ich kann es, oh ne, ich kann es nicht freisprengen. Hier ist eine Uppercut Precision, wenn ihr wollt. Kommst du so dran. Hier ist eine Uppercut Precision. Ja, Hanna hat ja Geier. Ich habe Geier, ja. Wir haben alle Geier. Dem einen habe ich die, dem einen habe ich die, ähm, Dings auf den Kopf geworfen. Die, ähm, die Stachelartbombe. Das war sehr gut. Ich habe gedacht, ich erwische zwei, aber der eine war auch low. Also ich habe beide erwischt und der eine ist nur gestorben, leider. Ärgerlich. Sandstorm. Dankeschön für dein Follow. Hi. Meine Crown. Die Sau. Obwohl die Uppercut Precision wäre jetzt nicht so ein schlechter Deal gewesen, aber Crown ist nochmal 200 teurer. Ja. Oder 180. Boah, was ein Kampf, ey. Das fing alles mit nem Kopfschuss an. Das fing ganz plötzlich mit nem Kopfschuss an. Entschuldigung. Daraus hat es gut. Könnt ihr einfach mal Kills speichern? Das war witzig. Bitte? Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen gekillt habe. Ja. Kann es sein, dass deren Dritter abgebrannt ist? Am Anfang, da wurde doch keiner angezündet, oder? Ja. Warum die Bounty tatsächlich? Das hat man halt auch sehr, sehr selten. Naja, so selten ist es gar nicht. Vorgestern hatten wir das und gestern hatten wir das, dass wir einen langen Fight hatten, aber nichts mit der Bounty zu tun, leider. Der eine, also die eine, die schwarze mit dem grünen Oberteil. Das war irgendwie mein Kryptonit. Das war, sagt man das? Ne, sagt man nicht. Ich habe in dieses Labyrinth geaimt und auf einmal gucke ich Gott sei Dank nach unten. Auf einmal sitzt die da vor mir. Da ist die vor mir geschlichen und die war überall. Und dann habe ich hinten auf den schwarzen Mantel gewartet, wollte den erschießen, dass der rauskommt. Auf einmal kommt die da ganz langsam rum hergeschlichen und gibt mir einen Headshot. Und jetzt am Ende schon wieder hat die mich mit meiner eigenen Crown erschossen, die dumme, liebe Frau. Das war fürchterlich. Das war wirklich fürchterlich. Die hat mich in dem Moment so aufgeregt und jetzt im Schnitt habe ich mir auch gedacht, komm du mir doch nochmal in die Nähe, du. Ja, war doch, finde ich, also war was anderes, aber war doch eine sehr, sehr spannende Runde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Heute Mittag live, wisst ihr Bescheid, von 14 bis eventuell 0 Uhr. Mal gucken, wie lange ich durchhalte. Kann natürlich auch sein, dass ich früher ausmache. Kommt auf den Gesundheitszustand an. Ihr wisst, ich bin nicht 100 Prozent fit. Und dadurch, dass ich jetzt auch nicht so fit bin und mich gleich ins Bett legen werde, wir haben es nämlich echt schon spät, verkürze ich das Ganze. Also heute Mittag 1049.de auf Twitch. Würde mich sehr, sehr freuen, euch zu sehen. Morgen gibt es eine neue Runde. Eventuell auf YouTube weiß ich noch nicht, weil ich heute so lange streame. Kann es sein, dass morgen das Video ausfällt. Seid mir da bitte nicht böse. Aber ich versuche natürlich eins zu schneiden, je nachdem wie fit ich bin. Ansonsten denkt an Game.de. Die sind unten verlinkt. Besucht die mal sensationell. Holy ist unten verlinkt mit zwei Rabattcodes. Unser Discord ist unten verlinkt. Und was ganz Neues und unten verlinkt ist, mein Code zum Crytek Shop. Also wenn ihr DLCs oder so kauft, dann könnt ihr gerne meinen Link benutzen und gerne meine 10 Prozent einfach beim Kaufen an der Kasse. Gebt ihr einfach 1049 an, dann kriegt ihr noch 10 Prozent. Ist das nicht ein Deal? Sensationell, oder? Und ab und zu habe ich gesehen, Crytek macht sogar einige Tage, da gibt es mehr Prozente als die 10 Prozent. Müsst ihr mal gucken oder hinhören. Oder ich werde euch berichten, wenn das der Fall sein sollte. So, haut rein. Tschüss, bis heute Mittag.